Wo ist dein Wasser? Du weißt, was ich will! Ich liebe Wandern! Das Bilden einer 2er Reihe ist immer eine besondere Challenge. Ich liebe Wandern! Ich liebe Wandern! Was sagen Sie dazu, dass das der Kinder-Kinder-Wanderpfad ist? Was sagen Sie dazu? Es ist wie zu steil! Wenn sie nicht den Köln mit Roulade rauchen. Es gibt nicht die Kinder, die das schaffen, aber wir nicht! Sag mal, ich liebe Wandern! Ich liebe Wandern! Der Max ist heute hier in der Spitzengruppe mitgegangen, ohne sich zu beklagen! Applaus! Nobelpreis für Wandern! 2022 gibt es dir! Ich liebe Wandern! Ich liebe Wandern! Das Lisa ist heute! Es ist heute nicht, hause! Also, sich nicht gleich hier! 2, 4... 1, 4... 1, 3, 4... Hunde, hunde, hunde.... Warte! Es scheint so wahr! Ihr seid ja alle so spackliche! Was mir gefällt, das ist für mich das Wander-Outfit des Tages. Ja, Psychiater. Hat das für dich zusammengestellt? Nein, nein, ich tue das selber zusammengestellt. Glaubst du, dass das ein Hype wird und dass du damit vielleicht Millionen machen kannst? Das wird super, das wird ein neiger Trend, das habe ich schon gesagt. Dankeschön, sehr gut. Äh, nur für mich, wir feuern hier die Müller-Pfuhr an? Ja. Okay. Ja, wir feuern hier die Müller-Pfuhr an, ich habe das jetzt nochmal nachgefragt, das ist so. Ja, hurra! Ja, hurra! Und er, weil er hat schon gewusst, dass alle wieder zurück sind, außer wir noch nicht. Und er hat so Angst gehabt, dass es keine Würstchen mehr gibt. Und alle 10 Sekunden hat er wirklich verzweifelt gesagt, ich hoffe, es gibt noch Würstchen. Und jetzt bin ich glücklich. Ich mag nicht, dass gekühlt wird da. Ja. 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 Ja.